Die Tagespost trägt den Untertitel »Katholische Zeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur«, hieß früher »Deutsche Tagespost« und ist eine dreimal wöchentlich erscheinende Zeitung, sie erscheint im Verlag Johann Wilhelm Naumann in Würzburg. Die Samstagsausgabe erscheint mit leichten Veränderungen auch als wöchentliche allgemeine Sonntagszeitung. Geschichte – Mit ihrer Erstausgabe vom 28. August 1948 erschien die Zeitung unter dem Namen Augsburger Tagespost. Sie war die erste konfessionell ausgerichtete Zeitung in der amerikanischen Besatzungszone. Der Gründer Johann Wilhelm Naumann hatte zuvor seinen Lizenzanteil an der Schwäbischen Landeszeitung aufgegeben. Die Augsburger Tagespost wurde Ende 1949 wieder eingestellt. 1951 zog der Verlag nach Regensburg, wo die Zeitung von nun als deutsche Tagespost erschien und sich als überregionale katholische Zeitung für den deutschsprachigen Raum verstand. Seit 1955 ist der Sitz des Verlages und der Erscheinung sord der Zeitung in Würzburg. Während andere katholische Zeitungen im Laufe des 20. Jahrhunderts ihr Erscheinen einstellen mussten, konnte die Tagespost ihren Platz in der Presselandschaft behaupten. Die Zeitung ist die einzige überregionale katholische Tageszeitung im deutschsprachigen Raum. Die Zeitung gilt innerkirchlich als konservativ ausgerichtet. Die Tagespost erscheint dienstags, donnerstags und samstags. Die Samstagsausgabe erscheint mit leichten Veränderungen auch als wöchentliche allgemeine Sonntagszeitung. Herausgeber und Chefredakteure Johann Wilhelm Naumann bis 1973 Heinrich Wilhelm Naumann war seit 1973 Herausgeber der Tagespost in Würzburg. Er starb am 27. Juni 2001 in seinem 69. Lebensjahr. Naumann hatte Medizin studiert, war von Beruf Arzt und lehrte als Professor seit 1976 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Naumann hatte die Verlagsleitung von seinem Vater übernommen. Theodor Herr Domkapitular Prelat Günther Putz Markus Reder Neuer Chefredakteur zum 1. Juli 2016 wird Oliver Maxan Punkt Autoren Nachfolgend eine Auswahl regelmäßig tätiger Autoren der Tagespost von Markus Reder